heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie man ganz einfach in drei leichten schritte so ein tolles wand gemälde machen kann also schritt 1 man nimmt der pinsel schritt zwei man nimmt die farbe schritt drei mann fängt an zu malen hier fehlt noch was ganz leicht dir dann